Hi, mein Name ist Tarek, ich bin Netzkolumnist, Video-Content-Creator, das heißt, ich mache Videos im Internet. Immer gegen Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Interfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und Transfeindlichkeit. Das heißt, ich bin auch Feminist, ja, oha, bin on top auch noch schwarz und schwul, bring also eine ganze Menge mit. Und auf dem Panel, wo ich mit dabei sein werde, das heißt Boys Don't Cry, Männer weinen nicht, totaler Bullshit, Männer weinen auch, Männer haben auch Gefühle, surprise, surprise, und Männer können auch Feministen sein. Und darum soll es doch bitteschön auch gehen, denn Feminismus geht uns alle was an. Das heißt, liebe Männer, holt euch ein Feminismus-Shirt, tackert euch Feminismus aufs Fähnchen und kämpft gegen die Ungleichheit aller Geschlechter.